Wenn Sie Ihre Fitness steigern möchten, müssen Sie nicht unbedingt gleich zum Marathonläufer werden. Nehmen Sie doch einfach mal die Treppe, anstatt mit dem Lift zu fahren. Dieser kleine Personal Trainer wird Sie dabei auf Schritt und Tritt begleiten. Am Schlüsselbund, in der Hosen- oder Hemdtasche, dank winziger Abmessungen und federleichtem Gewicht, bemerken Sie den Schrittzähler gar nicht. Unauffällig analysiert der präzise 3D-Aktivitätssensor jede Ihrer Bewegungen. Er erkennt sogar blitzschnell, ob Sie spazieren gehen, schnell laufen oder eine Treppe hochsteigen. Damit die Ergebnisse noch verlässlicher ausfallen, können Sie die Sensorempfindlichkeit anpassen und Ihr Körpergewicht sowie Ihre Schrittlänge eingeben. Die verschiedenen Anzeigen-Modi geben dann Auskunft über die verbrauchten Kalorien, Fettverbrennung, Schrittanzahl und vieles mehr. Und das Beste? Das Pedometer speichert Ihre Aktivitäten bis zu 14 Tage. So haben Sie Ihre Erfolge immer im Blick und können sich täglich etwas steigern. Bereits 3000 Schritte steigern Ihre Fitness spürbar. Bestellen Sie jetzt und überzeugen Sie sich selbst. Viel Spaß beim Training! Und das gravitabel!" Bis zum nächsten Mal! graymhilfeat